Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 4 mit dem Ferb, mit dem Bunter, mit der Wassertinte und mit dem Mushroom. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wir spielen heute Stellung im Dschungel, Wassertinte und ich gegen Furt und Bunter. Oh yeah. Also Ferb, ich würde sagen, wir nehmen als Waffe permanent Flächenbombardment. Ja, richtig, immer sagst du, immer, immer. Du musst einfach nur QSUVX3 gleichzeitig viermal werden. Alles klar, okay, okay, okay. Du drückst einfach Alt-F4 und dann hast du die geilsten Waffen. Alt-F4 und dann ist, ja, ja, klar. Waffen, Waffen, Waffen. Wenn ich das jetzt echt gleich bringe, regt ihr euch alle auf. Ja, schon, aber alles freigeschaltet. Moment. Moment. So, was die Parteien ist am besten für mich. Wie war das nochmal mit der Spezial, wo mache ich die nochmal? E ist die Normales und Q ist die Ulti. Alles klar. Ulti. Was, was, was nehme ich denn für eine Waffe? Alter, die Ulti ist ja voll OP, ihr Flamer-Kiddies. Flamer-Kiddies, alles klar. Oh shit, ich hätte da was anderes wählen sollen. Oh, verdammt, Dicke. Oh, damn it. Jetzt ist es schon so. Okay, Bunter. Bunter, jetzt haben wir rein, ey. Ja, aber sowas, Mann. Ja, ich glaube, ich werde jetzt draußen sein. Zu Null, habe ich gehört. Zu Null, ey. Irgendwo wird eine Null stehen. So, wo bist du? Wo bist du, Marsch, ich habe dich schon verloren. Nehmen sie, nehmen sie. Seh dich, seh dich, seh dich. Da vorne geht's los, da vorne. Alter, ich habe schon wieder vergessen, wie schnell das Spiel ist. Achso, wir müssen beide die gleiche Stellung, die also auch. Ja eben, deswegen, das macht Sinn, dass es keine Dreiseln sind, sondern eine. Alles klar, alles klar. Sie sind da. Sie sind da, Marsch, sie sind da. Ja, ich sehe ihn auch. Wo? Du kleiner Hund. Wow, okay, er hat mich schon alles verspäht. Bist du dann schon weg komplett, wenn das passiert? Ja, nee, nee. Wie kann ich schnell wieder reinkommen? Einfach. Leert hast du. Oh, die kommen von hinten, woher kommen. Sehr gut, Vroom, hast du ihn? Von oben, von oben, von oben. Der ist über dir. Easy. Nice, Vroom. Voll geblendet, ey. Da geht einfach was. Voll geblendet, sagst du? Ey, wo kann ich mich heilen? Ähm, X. Mit X? Macht er nicht. Starts mit X. Warum macht er das nicht? Dann hast du dich schon geheilt oder du bist voll? Ne, ich bin ganz bestimmt nicht voll, aber ich bin tot, er ist über dir. Wieso sagst du das? Ja, er hat mich ja auch gesehen. Ja, er hat mich doch nicht gesehen. Jim, er ist über dir. Alles klar, danke. Alle, wie sie zu zweit auf mich rottet. Arnold ist da oben drin. Wie kann ich die Waffe wechseln? Bin ich nicht. Oh, fuck. Was hat denn du, du Assi, ey? Kann ich die Waffe wechseln? Auf dem Maus, Redle. Maus, Redle, Junge. Ne, ich mein, das ganze, das ganze Set. Auf Escape, da. Wenn, wenn, wenn du, ähm. Na, neuer. Arnold sitzt da oben chillig drin und holt die Punkte. Wenn wir da haben. Easy, easy. Piss dich, Fabi, Mann. Boah, Alter, du hast schon nicht mehr viel Life, Alter. Alter, geheilt hab ich mich. Life, Digger, Life. 14 Life hat er noch, ey. Achso, also diese Punkte, die man verteidigen muss, die ändern sich auch immer, ne? Ja, klar. Ah, fuck. Fuck. Sauber. Oh, jetzt kam der nächste grad von hinten. Da. Fabian, wo bist du denn? Wow. Der war ein Hohlin, der. Nice. Du Hund, ey. Ach, jetzt ist sie. Halt dich, Fabian, halt dich. Okay, also in der Folge, also mit dem Modus sieht man sich auf jeden Fall oft. Alter, wir haben schon kein Life mehr, ey. Alter, noch 44 Life, ey. Fuck. Nein. Gehört halt wollen, Mann. Da kommt noch Schock, Mann. Ja, gut, ich komme. Du Hund, ey. Stirb, Mann. Wow, wow. Alter, wie ich einfach keine Übersicht hab. Nein, ah, verdammt. Hasch ihn. Ja. Sehr gut, sag. Chill, easy, easy, Simon. Mach schon, beruhige. Was easy, easy, sagt er. Geschwätz, ey. Ohne Witz. Boah, ich hab dich doch auch gemessert. Piss dich, Simon. Aber ich hab, ähm, ich hab dich vorher schon ein paar Mal abgeschossen, deswegen hättest du... Ach, so ein Quatsch. Also es reicht nicht allein ein Schlag, um einen zu... So ein Gerücht, ey. Ja. So. Fuck. Nice. Jetzt kommen sie beide. Jetzt mach mal. Sehr gut. Die war gut. Zack in die Zange. Zack in die Zange genommen. Neuer Punkt, neuer Punkt. Ja, genau. Ich bin genau da gespawnt. Wir werden genau da gespawnt, weißt du? Lächerlich. Wir haben so gecheatet, was der Bunte hier treibt. Wir haben sich einfach nur verdient, was wir da haben. Wir haben so gecheatet, was der Bunte hier ist, was der Bunte hier ist, was der Bunte hier ist, was der Bunte hier ist. Und der ist... Ja, ich hab ihn gesehen, danke. Hol ihn ja. Du hast doch nichts mehr. Junge, der hat doch nichts mehr. Das kann doch nicht sein. Er hat noch sechs live, ey. Ja, geil, genau. Sechs live hatte ich. Und, äh, warte. Piss dich, Simon! Nein! Er hatte sechs harte live. Und nicht der noch. Komm, Simon, hol das Ding. Das ist so fies. Er trifft dann überhaupt nichts, wenn er geblendet ist. Gar nichts. Stellung identifizieren. Ach, come on, Junge! Wie sie ihn rasieren. Alter, wie haben wir dich rasieren, ey? Musst du da... Ja, halt's Maul! Mit dem Schild, ey. So eine Drecksau, ey. Jetzt chillt der Typ in seinem Schild. Jetzt haben wir eh ein Problem, Junge. Jetzt haben wir eh neuer Punkt, neuer Punkt, äh. Ja, ja, ich merk schon. Wir haben den Vorteil. Wow, Junge! Alter, come on, der Scheißschild! Ja, das Schild ist übel. Nach unten. Oh, Junge! Oh, gerade jetzt ist es weg. Nein, Pascal, wo bist du? Ey, ich such euch, Alter. Ich hab keine Ahnung, wo diese Kackzone ist. Guck mal auf die Map. Auf die Map. Alter, Alter, Alter. Simon, sorry. Tot. Nein. Ciao, du Rute. Sehr gut, Pascal, sehr gut. Na ja, das wird rasiert. Rasiert wird jetzt. Wir gewinnen hier. Feindliche Fernlenkladung. Fernlenkladung. Ja, 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 ja. Von unten, von unten, oder was? Woher, woher kommen sie? Die Fernlenkladung fährt unten rum. Das heißt, der steht auch irgendwo da unten. Ah, ah! Nein, ich hab mich doch gekriegt. What? Hättest du das gemacht? Ja, jetzt kriegst du es, Mann. Bist du Stellung? Ja. Das ist woanders, okay. What? Woher denn? Alter, mach schon mich so eine hessige Endung. Hahaha. Nein, du musst mich gerade heilen. Nein, es muss... So, Digga, Duns. Ich bin von oben runter. Ah, ich wollte gerade die Leiter hoch. Das sind unsere Hunde. Ich bin von oben runter. 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 Ach, lass dich, ey. Die Neunkladung macht dir nichts, oder was? Come on, dieser Kack-Helikopter. Hast du dich hier reingeworfen? Ja, komm. Nee. Aufgeladen, ohne Ende, und dann reingeschmissen. Und du hast nichts gebracht. Halt die Presse. Piss dich, ey. Na. Mal ganz ehrlich, der Heli ist schon ein bisschen arg OP. Mach schon, du bist so hässlich. Ja. Hahaha. Hat die Glaster nicht erwischt? Ja. Sehr schön. Alter, ins Gesicht geschossen, Mann. Oh, eine andere Waffe, Alter. Oh, fuck. Fuck, 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 lass mich mal ganz kurz. Ey, wartet mal, bis ich auch da bin. Was? Scheiße, ich bin nicht gefunden. Wo war's denn? Ich stand da einfach im blöden Mikro abwegs gesehen. Ey, ich hab da nicht hingeguckt. Ey, ich hab auch die falsche Taste gedrückt. Eigentlich wollte ich mich heilen und nicht die Scheiß-Kandate werfen, Mann. Wir haben die Kontrolle verloren. Für den, ja. Sehr gut. Ohhhh. Nee, nee. Verfiss dich, Mann. Hol ihn, hol ihn. Wir sollten vielleicht zusammen da rein. Jawohl, Simon. In den Anus der Gegner. Verdammt, Fabi hat mich geholt. Ja, Mann, du bist ne kleine Nutte, weißt du das? Haha, tut's im Maul. Nice, Fabi. Ja, Mann. Schwul, wir sollten zu zweit da rein. Ja, ja, ja. Ich hoffe, soll ich's dir noch sagen. Zu zweit rein. Zu zweit rein. Schön reinlunzen. Zu zweit. Was? Oh no, hat mich weggelunzt. Ja, die Drohne. Weißt du, ich wusste, dass du davon kommst. Die Quackdrohne, das ist doch... Die haben alle so überkrank gewappt. Du wusstest aber einfach nicht losgemacht. Ah, ja, natürlich stimmt sie nicht. Nein! Nutte. Entschuldigung, dass ich das Wort so oft benutze heute, aber... Der kommt, der kommt, Achtung. Ich komm da. Von oben, weiter oben. Genau von da. Ach, come on, Junge, Alter. Ich bin grad Kanon, oder ey? Nein, er hat wieder das Dreckschild. Ja, Mann, dieses Kack-Schild. Hau ab! Wie oft kriegt der das denn? Fuck, Mann! Das kriegst du durch Abschüsse, kriegst du das. Doch lächerlich. Wir kriegen das nicht, Mann. Wir kriegen das nicht mehr hin. Das ist... Ihr seid... Too far away. Ey, übel. Ey, Junge, 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 Junge. Halt dich, Fabian. Halt dich. Ja, ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Brrrrrrring! Scheiße! Da kommst nicht durch! Eine harte Seuche hier. Verpiss dich, Mann! Schild war vorbei, Arnold! Hörb Seuche. Nee, nee, du kleine Hure. Nein, was so... Nee, nee, Arnold! Ah, Schild muss nicht heilen. Hab ihn! Alter Schwede, ey! Ich hab ihn, ich hab ihn! Da, da gehöre ich getötet, Mann! Das war so schlecht gerade! Oh! Alle durch, Pascal! Ah, das vergesse ich immer. Okay, das kann sein. Hier, Mann, come on! Da kommt wieder so ein Kack-Heli. Feindlicher Hellstorm im Deck. Feindlicher Hellstorm, ne, er hat sich. Sind weg! Er ist unter der Brücke, er ist unter der Brücke, der Camper, Alter. Was? Er lebt noch? Alter, das war ja. Das war ja. Das war eine Campsau, Alter. Das war eine Noob-Campsau, Junge. Ah, ich denk fest! Ah, ich bin in der Brücke, Christian! Wieder hoch! Junge, 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 ey! Ah, yes! Ja, das war eine, ein, ein, ein Wanzerrecher, ich sag's dir. Oh! Scheiße! Da machst du nichts, Mann! Da machst du immer so, plup, plup! Oh, Mann! Oh, Mann! Bimon, super! Bisch geil! Bimon, super! Ich liebe dich! Wo ist die Uhr stehen geblieben? Krieg ich dir so tief in den Arsch! Piss dich, Junge! Na komm, von der, wo ich raus bin! Nein! Oh! Als ob du so schnell deine, deine, deine Zone verlässt! Na komm! Alter, ich komm diese Kackleiter nicht hoch, Mann! Ich hab's gesehen! Kann der eigentlich nicht klettern, oder die, oder wer auch immer! Nee, das ist ein bisschen blöd! Nein, da ist ein anderer! Oh! Ja, ne! Dimon, die hast du weggenagelt, die Nutten, nicht? So, ja, die hab ich richtig weggenagelt! Die Nutten! Nein! Nein! Ah, schade, du! Bleib stehen, Uhr! Was? Du hast nix mehr! 14, Junge! 14 ist genug! 14 reicht ab! 14 ist genug für dich! Ja! Fabian, reicht 14, ne? Ey, come on, Junge! Verpiss dich! Andere Seite! Yes! Scheiße! Von hinten genagelt, heißt das dann! Alter! Simon, was für vulgäre Ausdrücke du in deinem Mund nimmst! Die hab ich von Fabian gelernt! Guck sie an, Simon! Der war geil! Ach, deiner Kopf ist einfach weg! Der war so name, ey! Achtung, und da! Er musste die Flinte auspacken, um deine Frau zu töten, natürlich! Ja, das ist auch ne Genugtuung! Weißt du, wir haben ja wieder Flinte auspacken! Ja, voll ins Gesicht geschossen! Ich tu genug! Es ist eine Genugtuung! Ich tu genug! Ich tu genug! Ich tu genug! Aufgenommen! Ja, gut! Perfekt! Quote 1,4! Nice! So soll das sein, ey! Alles Bullshit! Ach, alles rigged! Alles rigged! Filmst du Favoriten? Ja! Spiel jetzt bei Favoriten! Anno, ich hab Videomaterialien! Sogar die guten, ja? Ja, natürlich hast du! Du bist ein Videomaterialist, man! Ah, jetzt ist der Film bei Favorit bei mir auch! Ey, diese Tusse da, wo ich da hab, was hatten die als Spezialwaffe? Diese Granate? Die großen Granatwerfer! Du musst jetzt weg! Obwohl, wir haben noch ein Spiel, ne? Ein Spiel noch! Ja, und dann, wenn ihr gewinnt, dann natürlich nur, sonst nicht! Okay, ja klar! Jetzt zerlegen wir euch! Wow! Meine Texturen laden nicht! Okay, alles klar! Ja, meine auch nicht! Ah, jetzt! Was hat die Frau als Spezialwaffe? Die großen Granatwerfer! Ich muss den Ajax nehmen! Gegen Simon geht nichts anderes! Ja! Und das steht unten, wenn ich das hab, oder was? Ja, wenn es das leuchtet, so gelb wie bei der Granate! Es ist auf Q, auf Q ist aktivierender! Du musst aber, du musst dran bedenken, die Ulti ist weg, wenn du stirbst! Das heißt, du hast, du hast fünf Kugeln mit dem großen Granatwerfer, die töten halt in so einem Umkreis alles! So, ein paar Meter! Nein, ich will eine andere Klasse! Fuck, ich hab die falsche Klasse! Drück, drück dann schnell eins oder zwei auf den Nummernfeld! Hab ich! Hab trotzdem die! Okay Simon, los geht's! Oh geil, ich hab schon das Schild! Voll gut! Nice! Du bist richtig! Ey, der ist doch gecheatet, wie schnell die da waren! Das ist doch... Falsch! Wow, ich bin direkt hier! Oh Mann, Junge! Wollt! Ja, ich hab sie gut down, gar kein Problem! Alles rigged! Rigged the rigged the MC! Nein, 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 lass mich mal ganz kurz! Alter! Au Junge! Hast du mich getötet, Wasser? Alter, come on! Das ist doch normal! Oh, 14 hab ich noch! Oh, 14 hab ich noch! Immer die 14, ey! Ey, mit seiner dummen Neuknall! Weißt du, anders geht's nicht bei ihm! Marshall ist Tode, Alter! Von oben! Oh, komm! Jetzt ballern sie wieder zu zweit auf mich, du! Ah, hab da knapp, knapp, knapp auseinandergelegen! Sonst hättet ihr uns wahrscheinlich beide gehabt! Ja, Marshall, wir sollten vielleicht mal zusammen das Scheißfeld stürmen! Ich bin tot, Mann! Ja, mach du das mal alleine! Ich bin weg, Pascal! Arnold, ich hab dich gar nicht bezahlt! Das gibt's doch nicht, du! Pascal, jetzt! Stellung! Ah, Stellung ist weg! Gut, nice! Was? Ja, ich stell dir gleich jetzt was! Ja, ich stell dir gleich jetzt was! Wie viele Punkte sie aber schon haben? So lächerlich, oder? Feindliche Fernlenkladung im Einsatz! Feindliche Fernlenkladung im Einsatz! Ach, komm, Simon, da, beim Altar, Mann, wie falsch du bist! Du falscher Gott! Mann! Und ich predige euch! Auf euch wird der Sorgen! Wir sollten jetzt wirklich mal Zugriff bekommen! Ja! Warte auf mich! Ich komme! Warte, 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 warte! Ich komme auch! Ich komme jetzt! Jetzt komme ich! Alle kommen anscheinend! Ah! Ich lasse dich nicht geheilt! Mach ihn weg, Pascal! Sag mal! Wo ist er denn? Guck auf die Map! Lächerlich! Er läuft einfach an ihm vorbei! Yo, da ist niemand! Alter, come on, ey! Beine weggesnackt, ey! Läuft doch! Beine weggesnackt, ey! Oh! Ich euch hasse! Brecher getötet! Also, normalerweise eh schon total, aber jetzt in dem Spiel... Jetzt hat er noch ein Stückchen mehr, ja! Da ist es echt! Na, genau, ey! Die Zone ist wieder woanders, gell! Komm mal oben! Die ist natürlich direkt bei denen! Ja, klar, genau! Ohne neun Knall bist du nix! Es ist so rigged! Da! Guck schon! Wieder! Was ist jetzt? Sie stehen direkt vor der Tür! Weiß stehen wir da! Oh Mann! Werden die Fresse gehauen, man! Den Idioten! Was doch! Oh fuck! Und weggemacht! Keine Chance, Pascal! Keine Chance! Wir müssen sie auch gewinnen lassen, damit Fabi weggehen kann! Ja, das ist echt so! Ha ha! Ha ha ha! Boah! Shit! Von oben! Oh, beide zerlegt, Alter! Simon, hin! Simon, hin! Du da! Ich da! Du da! Ich da! Links kommen sie! Links kommen sie! Oh fuck! 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 Neun Kacke! Oben! Oben! Nein! Ich hab mich noch erwischt gehabt! Wie viel hattest du noch? Hab ich dich im Schlag getroffen? Ja! Oh! Bei mir, bei mir! Abgeschossen! Der hat noch alles! Der hat noch alles, das ist richtig! Jetzt zerfick ich den nächsten! Ich zer... Ich zerficke Leben! Warte, warte! Da drin ist er! Warte! Komm, ich war voll auf deinem Kopf! Mit seinem Schild wieder kommt er angerusht, Alter! Gut, dass ich grad das... Die Klassen müssen wir verbieben! Fabian, ich guck einfach mal hier ein bisschen raus! Ja, guck, du mal... Ja, okay, alles klar! Guck ein bisschen da raus! Steck du dein Köppchen da raus! Alter, durch den Schild kannst du gar nichts! Ne! Durch den Schild kannst du einfach gar nichts! So hart OP! Okay! Ja, genau! Ich hab ab! Ich hab ab! Ja, besser so! Komm nur hinterher, du! Nein, nein, nein! Lass mich machen, lass kurz! Beregt! Ja, Alter! Mit Wasser hast du mich jetzt doch weggemacht! Das ist ja geil! Ich bin sehr gut! Bin bei der Stellung! Stellung ist gut! Stellung ist gut! Gefällt dir die Stellung, ja? Shit! Da oben! Ich hab das Gefühl, ich werde immer als Erster entdeckt im Moment! Boah! Der Wasser hat mich jetzt ordentlich weggersnackt, ey! Sehr gut! Woher denn?! Ah! Nein! Ich hab wohl... Der wollte halt diese Kack-Map nicht kennen! Das gibt's doch nicht! Ich schau doch gar nicht hin auf seine Scheiß... Ich hab das ausweichendes! Gar nicht! Das ist bisschen imba! Der Ajax müssen wir verbieten! Der ist echt scheiße, Mann! Das ist echt asozial! Ach, die Zone gibt es da! Wuhuuu! Kommst du bald hin? Hahaha, klar! Das hinkst du doch nicht! Das ist ja so lächerlich, Alter! Ey, da haben wir gar keine Stille! Können wir die Punktzahl an? Oh! Nee, keine... Hast du dich mal durch? Ja gut, Pascal, weißt du? Wir spielen auf dem die zwei Besten, weißt du? Hab ihn! Ja gut! Alter, come on, ey! Nee, nee, diesmal hab ich die zuerst! Junge, Junge, Junge! Feinstellung, Simon! Ja, komm gleich! Das ist gestört, echt! Wie, einfach hier so durchrush der, weißt du? Wo ist der andere? Nutterisch? Der macht unsere... Ach, das ist eine Kontradrohne! Ah, was soll ich denn damit... Fuck, in der Brücke! Fuck! Er hat nicht mehr viel! What? Ich seh nichts! Ich seh gar nichts! Wie viel hat der noch? Ach, 82! Ja, okay! Noch zu viel! Zu viel, um dich sicher aufzuregen! Ja, was ist los? Traut ihr euch nicht? Fernkampf, oder was? Aieieiei! Lass mich mal ganz kurz! Warte mal nix! Wieso? Oh shit! Oh shit! Warte mal kurz! Ja, Junge, tschüss! Alter, ein Mushroom-Cheater, die übelst, ey! Halt doch zum Maul, ey! Natürlich! Hey, ey, Mann! Oh, was ist oben! Das ist im Haus, der von uns! Dass du nicht mit COD drauf hast, ey! Alter! Scheiß Neunknall ist übelstark! Pascal, komm hier rein! Hast du dich selber noch in die Luft gesprengt? Nee! Niemals! Ich steige euch, Junge! Wow! Hinter mir! Warte mal kurz! Ja, die Schild aufpassen! Jetzt von hinten! Achtung, Achtung, Achtung! Du warst schon weg! Okay! Immer noch mal bis! Aufm Weg! Sehr gut! Hier! Hier, hier, hier! Achtung, Granate! Von oben! Hinter uns! Ah, fuck! Keine Munition! Ich hau da gar nicht gefahren! Nein, hab ich! Ja! Die Stelle hat sich gewechselt! Da muss man echt ein bisschen Glück haben auch! Sehr gut, Simon! Ich komme! Junge, Junge, Junge! Hier gibt's aber richtig! Alter, wo wart ihr denn? Das Haus ist doch nicht so groß! Hinter dir! Ich wollte gerade sagen, du bist einfach mit mir durchgelaufen! Wo kam man denn da durch? Oder ist das ein Rundgang in dem Haus? Er ist ein dummes Schild schon wieder! Das gibt's doch nicht! Der dumme Stuhl! Ihr habt nichts gesehen! Aber hat funktioniert! Simon ist ein kleiner Cheater, Mann! Ja, genau! Ich hab mich mitgesprengt! Du bist weg in die Luft, oder? Ja, anders kannst du's nicht! Du bist aber mit in die Luft geflogen! Ja, ja, klar! Aber das war klar! Ja, sonst wäre ich ein bisschen asozial! Nein! Das ist doch nicht möglich! Diese Scheiße, Alter! Die Passatüte kommt grad frisch rein! Das ist nicht... Die Klasse müssen wir verbieten, Alter! Das ist... Die ist so furchtbar! Ja! Hast du vorne? Nice! Schon wieder die Schnauze voll, du! Oh! 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 Warte schnell, ey! Komm! Do it! Okay! Keine Ahnung, woher! Hinter uns! Hinter uns! Hauen wir! Ne, zwei Schüsse aus Rot, sind am Schluss noch! Wow! Hab die Kack-Cluster-Granade, geil! Oh! Noch geblendet! Easy, yo! Was ist da los? Geil! Oh, fuck! Die haben fast die höchste Punktzahl, ey! Scheiße, Mann! Die neuen Klaviner rausgehauen, weißt du? So eine Fotzen-Waffe! Oh, ohne Witz, Mann! Die ist halt richtig für Schlawiner, Mann! Schlawiner-Waffe? Nice! Yes! Mach den Scheiß aus, Alter! Mach den Scheiß aus, Alter! Hä, wir haben gute aufgeholt, nochmal! Ja, aber eigentlich ist das Spiel echt geil! Ich muss das echt öfter spielen! Macht eigentlich echt Laune! Ja, ne, mit Simon macht's keinen Spaß! Er macht nur so miese Tricks mit... Ja, schon! Mit Neuklein und Schirmung! Also, Fabi ist raus! Der muss jetzt ab in Taya! Ja, der kommt nochmal wieder! Ich komm wieder! Ich komme wieder! So, was sagt denn das hier? Dünn! Also, Simon, zweimal Sieg! Ja! Ja, ist ja gut! Keiner hat's gesehen, wir haben's nicht aufgenommen! Ich hab dir jetzt mal den Modus gesehen! Was war das jetzt? Stellung, gell? Das war Stellung, ja! Aber Stellung ist auch gut! Also, ich sag euch eins, die Stellung mach ich nicht wieder! Nee! Die tut weh für euch, gell? Nee, es hat wirklich weh getan! Ja, die Stellung, die tut wirklich weh! Also, die ist echt nix für weicher! Oh mein Gott! Das war ja nichts für weicher! Zeigst du auch immer schön die Statistiken, Arnold? Ja, jetzt gerade, ja! Die blende da immer aus! Ja, ich bin ziemlich gut gewesen! Oh, Pascal, scheiße, Mann! Ja, danke! Pascal lag! Nee, er hat auch nur... Eins, äh, ist negativ um eins halt! Ja, bitte! Ja, Leute! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen! Das war's! Das war's! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschüüss! Tschüss! So sieht's aus. Tschö mit der Ö.